Ja, hier, zack, nächstes Game. Ey, ich kann noch Custom-Words rein. Ich nehm noch ein Custom-Word rein. Was ist das? Okay. Hast du ein Wort mit rein? Ich hab jetzt noch ein Custom-Word rein. Und das kommt immer oder immer irgendwann? Vielleicht kommt das irgendwann mal. Okay. Warte, nicht, aber du hast das jetzt nicht gekriegt, oder? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich hab nur ein einziges reingeschrieben. Das ist ein Leiter. Nein. Oh Gott. Ja. Hey, was jetzt? Vor allem, jetzt kommt wieder Halbleiter. Das wäre richtig krank. Mein Geld, mein Geld. Ja, mach ich doch. Ich hab keine Ahnung. Oh, ich weiß es. Oh mein Gott. Wenn das richtig ist. Ja, hast du? Ne, ich hab keine Ahnung. Was? Hä? Aber das ergibt doch voll Sinn, oder nicht? Hä, das ergibt doch aber übel Sinn. Nein, das ergibt gar keinen Sinn. Nein, das ergibt gar keinen Sinn. Nein, das ergibt gar keinen Sinn. Hä? Was, was? Wo wollen die denn da hin, Alter? Junge, was malst du da für ein Bullshit? Das Tier. Was? Was ist das? Ah, Junge. Ich dachte... Warum sind denn da... Ach, das... Warum sind denn da drei Z? Das hat doch irgendwas mit... Das hat doch irgende... Alter, Mama, das sieht doch wie ein Tittenfisch. Das ist doch kein Zebra, Mann. Alter, ey. Oh mein Gott. Ey, selten so eine Scheiße gesehen und ich mal schon scheiße. Boah, das hat meine Gefühle verletzt. Ja, weiß ich. Easy. Nein! Ich war eine Millisekunde zu spät. Ach, Mann. Ja, das gibt direkt 120 Punkte weniger, oder was, ey? Genau. Die kenn ich mir. Eine Millisekunde, 120 Punkte Unterschied. Das finde ich frech. Ja, so ist das Leben alles. Ja, ich weiß es. PlayStation. Scheiße. Wie mal ich das, Alter? Na, na, na. Schwarz. Oh, scheiße. Schwarz. Aliens. Iglu. Ah. Aber wieso hast du eigentlich bei TeamSpeak Dauer-Send? Ist das schlecht? Ja, man hört deine Tippe manchmal, oder öfters. Achso, dann mache ich das aus. Ja, warte, du musst ja noch mitraten. Kannst du da machen? Ja, ich weiß doch schon, was es ist. Okay, ich habe keine Ahnung. Selbst der Anfangsbuchstabe. Steht doch da, T. Ja, selbst dann. Ja, okay, ich habe auch keine Ahnung. Ist das ein Fall? Ey, ähm. Ey, Julia, du bist so schlecht im Zeichen, oder? Ähm, äh, äh, shit. Warte, äh, wie mache ich das? Ja, warte. Wie mache ich das? Ähm, hm. Oh. Oh. Egal, warte, warte. Ich weiß, was die letzten fünf Buchstaben sind, aber was da vorkommt, keine Ahnung. Okay, ich wusste doch nicht, was das zweite Wort ist. Ist auch schön. Schade. Ja, wie soll man einen Tunnel malen? Junge, bei mir stand Bruce Lee, aber das habe ich nicht genommen. No, ey. Bei mir war Chuck Norris, ey. Das war wahrscheinlich das Kassewort, ne? Oh Gott, ey, ich glaube, ich werde das so verkacken. Ey, wieso bin ich schon wieder vierte? Alter, oh mein Gott. Äh. 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 Da muss ich aber ganz dringend los. Äh? Oh, die Connection. Brotmesser. Ui. Ich bin einfach der neue Picasso, alter. Okay, warte. Wie heißt das? Iiii. Iiii. Oh, ich muss lachen, da kann ich nicht richtig malen. Ah. Ja! Ja! Boah, ich bin mal erster gewesen. Alter, das ist mein Wort. Okay. Oder ist es... Oder ist es... Oder ist es... Das ist echt Julia's Wort. Nagel! Manikur! Nagelschere! Wie heißt denn dieses Ding zum... Jaa. Hä? Ich hab doch zwei Sekunden. Nein! 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 Junge, wie knapp war das denn? Also direkt erster Platz hochkatapultiert. Nice. Loool! Oh. Okay. Oh, das... Oh nein, ich hab das... Da, ich weiß es. Playstation. Ja, vielleicht. Playstation be... Playstation. Playstation. Boah, halt die Fresse. Junge, guckst du die ganze Zeit nur in den Chat, oder was? Du musst gucken, was er malt. Okay, er malt zwar grad nicht, aber... Ich muss doch hinschreiben können. Oh, Junge, der haut wird immer so übel. Oh! Oh, scheiße. Okay, keine Ahnung. Okay, keine Ahnung. Schmutz. Schmutz. Alter. Schon wieder, wenn man irgendeinen Trip hat, oder so. Ich wollte grad sagen, Alter, stay oder so. Oh doch, ich weiß es, wie heißt das? Ah! Ich weiß es! Jaa! Ich bin zu schlecht zum Schreiben, ich hab mich fünfmal ver... Nee, ich weiß es doch nicht. Oh mein Gott, was ist das... Oh, ja. Ja. Alex, sie zeigen den Himmel. Die Aliens kommen. Ich weiß es. Hä? Ich bin zu dumm, Alter. Ihre Hände sind... Ja, wie heißt das denn? Drich Aliens. So? Ah! Boah, Ehre. Polarlicht, Junge. Yes. War stark, ey. War schon... War... Verwirrend, aber... Okay. Kacke, hab ich den Letzter. Verwirrend. Äh... Boom! Was? Hä? Verarsch mich nicht. Was? Hä? Der hat besch... Frauensexistische Scheiße hingeschrieben. Wow, okay. Das hat... Das hat mir wirklich noch mehr geholfen, ey. Nur dieser eine Punkt hat mir so geholfen. Ähm... Oh mein Gott, äh... Oh, da ist Marvin auf dem ersten Platz geschossen. Frage der Zeit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, da hab ich richtig Bock drauf. Alter, da hab ich richtig Bock drauf. Hä? Das sind... Das sind's auch so... Wie? Was ist das denn? Okay, warte. Oh nein, ich hab voll verkackt. Was ist das denn... Das ist ja jetzt... Das ist ja jetzt... Das ist ja nun... Wie kann... Das ist ja jetzt... Und... Ich hab mir gesagt, dass ich... Das meiste Wort, was Julia hier die ganze Zeit sagt, ist, hä? 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 Das... ja, das macht keinen Sinn für mich. Wanns passt aber hinten. Ringelschwanz! Shit! Ach, aber wir hatten schon den richtigen Riecher. Ich glaub, das möchte man nicht riechen. Komm, Kategorie, das kriegst du hin. Ah, ja, da hab ich Punkte gut gemacht. Scheiße, ich bin nur noch letzter, kann doch nicht sein. Ja, das ist schon wieder so ein komisches Ding. Junge, was sind das für... Junge, der Arm ist länger als der gesamte Körper, ey. Oh, Mann, Junge. Was? Langmach. Äh... Boah, das war aber ein bisschen Dank. Was? Alter, was ist das denn? Er lächelt, das ist wichtig bei der ganzen Sache. Ah, warte, ähm... Oha! Ohohoho! Eins, voll! Oh f**k seas! Lächelt, Leute! Häää? Ich mach jetzt nen Hack-Outer, Alter! Das sind 10. Queyssop? aus Abendzapfen warte ähm äh oh mein wir sind bei 3 jetzt schon oh mein Casual aus dem Abendzapfen alter Casual ah zack vom letzten auf den ersten ah wieso bin ich der letzte hä oh sei leise hä 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 ok was soll das sein ja wieder an dasselbe tier gedacht das gibt's doch Marvin du machst mir angst alter das ist ja krach ah äh ähm 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 oh man alter ich hab keine Ahnung ohne Witz oh das ist schlecht das ist doch schlecht ich hab wirklich absolut keinen Plan ich hab wirklich absolut keinen Plan mit demonstrativen Darm untergehen er lacht einfach juhu was soll das denn sein ey oh man was sind das für Striche soll das ein Gesicht sein ja ganz schönes Gesicht ich bin gerade echt gespannt was das sein soll oh man ne alter oh da wär ich auch niemals drauf gekommen oh das ist easy das also das ist so easy gabel scheiße oh du bist aber aufgerutscht oh du bist aber aufgerutscht oh hä hä ah los kiff na dumme hä Junge die Fresse alter oh Junge Junge die Fresse ist ja so geil Marvin du enttäuscht mich Alter ich bin gerade bin ich aber auch enttäuscht ey so ein Wort na ich hab's verkackt egal alter das haust du nicht gut auf boah schnellste Runde glaub ich immer war das dein Customize-Wort? ne ich will unbedingt wissen was es war sag ich euch am Ende falls es nicht kommt ja moin alter zwei der Wörter kenn ich gar nicht dann musst du hol das dritte das nehmen ist ja beruf wow playstation scheiße oh nicht schon wieder so'n feuerkech jedes mal nimmst du sowas ja aber der passt gerade weil jetzt ist nämlich das ja befestigt ich bin Ingenieur okay das braucht Zeit oh ey warte mal äh wie hat fuck wie nennt man das denn nochmal äh nein wie heißt das nein warte oh ich spüre es oh hä warte jetzt wie ich jetzt wie ich ab Streetfront gehört du spürst es bitte was er spürt die Destillation ah easy boom da hat jemand ein Gehirn ja äh ist das ist das chemisch ja ein bisschen jo kann man so sagen helmisch hm ah ne das Produkt des Ganzen was ist das na easy 5 Punkte mehr als Julia so muss das sein ach sei leise ja wir sind aber alle voll dicht an dann das ist voll krass hehehe ist noch alles offen oooh Mensch das ist schwer krasser Leute oh das ist schwer ich hab Chemie abgewählt man ne da da sowas versteh ich easy sei ruhig ok Hauptsache Marvin ist letzt oder so ja das Marvin zieht jetzt einfach an dir vorbei ganz krass ja ganz krass bleiben wir auf dem Chemischen hehehe oooh oooh nein 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 sauber Strohhalm falsch na oooh die zweite Platte oh shit oh oh Julia Julia das ist aber nicht so gut äh das ist bestimmt äh das Wort äh ach scheiße hm hä ne warte mal ne ne hä oh der Körper ist ein bisschen klein geworden was aah ja ich weiß es ich weiß es ach ne Boah, der hat ja cool gezeichnet. Ich bin zu schlecht. Leute, ihr habt mir zu wenig Punkte eingebracht. Was ist das denn mit Wort, Alter? Julia könnte noch letzter werden, wenn wir uns beeilen. Vielleicht hat er das beeilen. Nicht nochmal, ich kann nicht nochmal. Das ist richtig groß, Max. Torben, was ist das? Nein, hört auf zu! Damn! Arvin, jetzt rate doch mal schneller. Das sieht echt komisch aus. Ich hätte es auch anders malen können. Vielleicht versteht Marvin es dann. Ja, okay, warte, dann male ich es nochmal. Schnell, schnell, schnell! Nein, ich habe die falsche Farbe! Oh mein Gott, Alter. Solche Wörter kenne ich nicht. Na ja, kennt man gut. Aber 15 Punkte. Oh, Ehren-Board! Playstation? Ja. Scheiße. Ohne Playstation ist es. Julia hör auf, das auch immer zu schreiben. Aber Playstation ist bestimmt dieses Wort, was du reingebracht hast. Ja, das wäre aber echt witzig, aber nein, das ist nicht. Yes! Oh! Nein! Julia! Hä? Ja, das ist schon wieder so eine... Oh mein Gott! Oh nein, komm! Ja! 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 Hä? Ich bin wieder letzter? Ja, weil Julia als erstes erraten. Yes! Jetzt wird's schwierig. Nein! Nein, Tom, wir müssen connected sein. Give me the points! Langsam mehr. Ah! Scheiße, das ist das andere Ding. Ah! Ära! Was? Was? Hä? Vielleicht doch Fußspuren. Hä? Ja! Zauber, Marvin! Manchmal scheint auch die Sonne. Was? Julia hat wirklich nur zwei Vokabeln. Hä? Und was? Die ganze Zeit. Was ist das ein Klippensprung, Mann? Hier, Klippensprung! Alter! Was? Nein! Oh, fuck! Oh, fuck! Was hast du erwarten? Ähm... Oh mein Gott! Oh, ich ziehe! Äh... Alter! Ne! Oh, Tom! Ehre! Ja! Man, ich hab mich nur verschrieben, Mann! So ne Scheiße, ey! Ja, egal, Marvin, gönn ich die Punkte! 5 Punkte nur zu! Ja, das kann man nicht machen! Nein! Nicht Hose schaffen! Marvin, du musst das jetzt schnell erraten! Mach ich, mach ich! Nein, nein! Äh... Warte mal, ich muss mal hier... Nein, 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 mich überrascht! Äh... Fuck, ich bin... Ich bin richtig im Stress. Hätte ich das Mond raus! So 64 Sekunden! Okay... So, dann hier... Ah, ne, warte, ich mach lieber bitte... Das ist besser! Oh Gott, ich mach einfach irgendwas! Nein! Yes! Nein! Yes! Hä, bin ich jetzt du? Ja, bist du unten, ne? Marvin! Nein! Ach so! Scheiße! Nein! Oh! Oh, letzter! Scheiße! Aber guck mal, wie knapp das war! Voll heftig! Oh, letzter war ich knapp, ey! Oh, dann kommt der Kuri auf Platz 4! Hey, warst du letzter! Ja, aber das war ja nur die, äh... Aufheimrunde, ne? Genau, siehst du? Und jetzt hat's richtig gezählt! Ja, jetzt war meine Aufheimrunde, jetzt kommt die richtige! Okay! Die zweite Runde ist die Aufheimrunde! Okay! Let's go!